Hallo Eislöwen-Fans, heute ist der Spielplan für die DL2 erschienen. Wir starten am 13.09. gegen die Star Wars Rosenheim mit einem Heimspiel. Schon über 900 Dauerkarten haben wir verkauft und wir können auf eure Unterstützung zählen. Auch die Reihe 8, die etwas für Diskussionen gesorgt hat, erfreut sich große Beliebtheit. Über 50 Fans haben sich schon ihr Upgrade gesichert oder die Karte neu gebucht und wir haben auch viel positives Feedback bekommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei tickets at eislöwen.com, ruft bei uns an, kommt vorbei in der Geschäftsstelle und am Montag habt ihr auch die Chance im eTX-Onlineshop euch eure Karte im Umlauf zu sichern. Wir freuen uns auf euch, auf eine geile Saison!